Unser dreifachiger Weltmeisterin, dem Wunder von Berlin, Emma Hintze! Herzlichen Glückwunsch! Es sind ja drei Goldmedaillen, die du gewonnen hattest. Mich würde als erstes interessieren, was ging dir bei der ersten Medaille durch den Kopf und was bei der letzten? Also bei der ersten, da habe ich auf die Zeit geguckt und konnte es eigentlich nicht fassen. Wir waren eine Zehntel vom Weltrekord entfernt und haben uns vierzehntel nochmal verbessert zum Weltcup zuvor in Hongkong im Dezember. Und ich dachte halt schon, wir können nochmal ein bisschen schneller fahren, aber dass es gleich so schnell wird, ja, ich habe die Zeit gesehen und wie gesagt, ich konnte es halt nicht fassen. Achso, und bei der letzten, also die zweite war auf jeden Fall auch richtig emotional für mich im Sprint, meine erste Einzelmedaille bei der WM und gleich der WM-Titel. Und ja, da kamen einfach nur die Tränen, die Halle, die hat getobt und alle haben sich so gefreut, alle standen. Mein Papa, der hat auch geweint und ja, das war einfach überwältigend. Und ja, am Sonntag nochmal zu gewinnen, da hatte ich irgendwie schon mir selber auch Druck gemacht, ob ich das jetzt nochmal schaffe oder nicht und wie meine Beine noch sind, ob die noch gut in Form sind oder nicht. Und eigentlich dachte ich, dass ich schon ein bisschen platt bin, aber sobald ich auf der Bahn war, lief es einfach echt super. Und als ich dann nochmal gewonnen habe, ja, wie gesagt, ich kann das immer noch nicht glauben, es ist irgendwie wie so ein Traum. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch Zeit, das zu verarbeiten. Du solltest auch kriegen, drei Medaillen, das ist eine super starke Leistung. Wie schafft man das denn? Ja, gute Frage. Also harte Arbeit natürlich. Es steckt ganz, ganz viel dahinter, was Leute nicht sehen. Angefangen bei der Ernährung, wie man schläft, dann natürlich der Trainingsplan muss genau stimmen. Dann muss es im Teamspringen natürlich auch mit den anderen Fahrern stimmen. Und ja, am Ende braucht man natürlich einfach den Gewissen, also das Durchhaltevermögen und auch den Biss, das einfach durchzuziehen und wirklich am Ende gewinnen zu wollen. Weil wehtun tut es halt allen, aber ja, man muss es halt einfach aushalten können. Nach den drei Monaten, wie geht es jetzt für dich weiter? Hast du Zeit zu verschnaufen oder geht es dann gleich wieder los? Also ich habe jetzt eine Woche Urlaub, da fliege ich auch weg und danach fliegen wir eigentlich direkt ins Trainingslager nach Mallorca und haben dann bis zum Sommer jeden Monat eigentlich einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft. Letzte Frage, da bin ich auch schon durch. Wie ist es denn für dich heute hier gewesen, nochmal nach Cottbus zu kommen und dann so empfangend zu werden? Ja, das ist einfach großartig. Also ich habe damit gar nicht gerechnet, dass es so ein Riesenempfang wird. Ja, ich freue mich einfach super und sehr und ja, wir wollten mich einfach auch nochmal bedanken, dass es hier so ein Riesenempfang wurde für uns und das so gewürdigt wird. So Emma, heute Empfang hier in Cottbus, Lautsdachsportschule. Was fängt mehr, Velodrom, die Stimmung oder hier nochmal vor den Jüngeren ja auch, die dich jetzt als Vorbild sehen, als dreifache Weltmeisterin im Profibereich? Ja, auf jeden Fall beides. Also einmal die Stimmung, die war echt unglaublich. Ich habe so etwas noch nie erlebt, dass wirklich die deutschen Fans so, so interessiert sind, auch am Sport bei uns und halt so mitfiebern. Ich habe das zum Beispiel in Großbritannien schon erlebt, dass da, wenn da jemand gewinnt, dann steht die Halle und tobt. Und jetzt das einfach so in Deutschland zu erleben, das war einfach super emotional auch für mich und beflügelnd. Aber das jetzt hier in meiner alten Schule nochmal so zu erleben mit den ganzen Leuten, die ich kenne, ist einfach auch super und ich freue mich einfach riesig. Als junge Frau, 22 Jahre, jetzt schon Tipps für die noch Jüngeren zu geben. Das spricht ja auch für die Cottbusser Zukunft im Radsport und auch deine Zukunft, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist echt schön, wenn man auch irgendwie wieder was zurückgeben kann oder auch anderen kleineren Sportlern, sag ich mal, einfach Tipp geben kann, weil man es halt irgendwie auch selber hinbekommen hat. Und für Leute, die es vielleicht nicht genau wissen, ja, wo soll ich jetzt lang gehen? Wie sieht mein Weg aus? Dass man da vielleicht irgendwie einfach sagen kann, dass man auch durchhalten muss, wenn es schwer ist. Das ist, ja, schön. So, jetzt hast du die Olympischen Spiele im Blick. Du giltst jetzt als Top-Favoritin. Ja, aber ich versuche mir das irgendwie nicht, also ich versuche mir nicht zu viel Druck zu machen und das irgendwie als etwas Negatives zu sehen, auch wenn der Bundestrainer es gerade meinte. Aber es kommt ja auch immer darauf an, was man von einem selber erwartet. Und ja, das kann ich halt selber beeinflussen. Ganz kurz, letzte Frage noch. Christina Vogel war ja auch vor Ort, die 2018 ja schwer stürzte und seitdem Querschnitts gelähmt ist und die 2014 den letzten Dreifacherfolg geholt hatte. Du hast quasi, bist in ihre Fußstapfen getreten und hast es direkt übernommen. Spielt dir das irgendwo eine Rolle in deinem Kopf auch? Ja, das wusste ich auch erst im Nachhinein. Also vorher wusste ich das gar nicht. Aber es ist natürlich schön zu hören, dass es ja noch nicht so oft Sportlern oder Sportlerinnen passiert ist oder geglückt ist. Ja, das lässt einen natürlich noch mehr strahlen. Danke, viel Erfolg weiter. Danke. Auch heute empfangen worden hier in der Launzer Sportschule. Wie war das von den Jüngeren ja noch, um applaudiert zu bekommen für die WM? Ja, ich habe das gar nicht so erwartet, weil wir haben ja einfach die Nachricht gekriegt, heute ist Empfang. Und sonst läuft das immer in einem privateren Rahmen ab. Und es war natürlich sehr schön, dass alle dann hier mitgemacht haben und auch die Stimmung dann super war. Also für mich war das ein Riesenkompliment, so geehrt worden zu sein. Und man gilt dann gleichzeitig als Vorbild auch für die jüngeren Klassen. Was gibst du denn mit? Wo sagst du, dann, woran müsst ihr unbedingt arbeiten? Ja, ich glaube, was auch für die Schüler ganz wichtig ist, dass man mal die ehemaligen Schüler, die dann Erfolge haben, auch wirklich hier hat und sieht. Ich kann nur jedem mitgeben, das Umfeld hier macht es oder kann es wirklich möglich machen, Erfolge zu haben. Das arbeiten alle dafür, von der Schule angefangen, über die Trainer, das ganze Umfeld, Internat und so weiter. Und einfach an sich glauben, dranbleiben, auch wenn es weh tut. Und dann kann man hier einiges möglich machen. Wehtun ist vielleicht das richtige Stichwort bei der WM. Ihr als Männer seid nicht optimal gefahren. Wie ist deine persönliche Einschätzung von deiner eigenen Leistung und vom Männerteam? Ja, ich mit meiner persönlichen Leistung bin nicht ganz so zufrieden. Ich bin in dem Winter schon schneller gefahren. Für mich ist es immer noch neu auf der Anfahrerposition. Ich habe mich da ganz gut entwickelt. Jetzt war es wieder so ein kleiner Zacken nach unten. Wir wissen auch so ein bisschen, woran es gelegen haben könnte. Wir müssen aber auch noch mal weiter gucken. Und es wird auch wieder schneller werden. Insgesamt muss man ehrlicherweise sagen, sind wir wirklich mit dem Ziel rangegangen, unter die Top 8 zu fahren. Das haben wir geschafft, weil das die Qualifikation für Olympia möglich macht. Eine Medaille war von vornherein schwer. Da hätte wirklich bei uns alles passen müssen, bei den anderen vielleicht ein bisschen weniger. Also ein bisschen Glück haben. Aber von daher geht das Ergebnis in Ordnung. Der Bundestrainer sprach auch davon, dass er bei dir noch mehr Potenzial sieht, gerade als Umschüler, um es mal so auszudrücken. Was sind deine eigenen Erwartungen für Olympia oder für das Olympische Team auch? Ja, wie gerade gesagt, ich denke, dass ich noch wieder schneller fahren kann und auch noch einen Schritt über das machen kann, was ich schon im Winter gezeigt habe. Wir haben auch schon ein paar Ideen und werden einfach da alles geben, dass es bis Olympia dann passt. Ich denke, dass wir als Team wirklich, wenn wir optimal sind, wenn alles passt an dem Tag, können wir sicherlich um eine Bronzemedaille mitfahren. Um Platz 1 oder 2 zu reden, wäre, glaube ich, vermessen, weil da gerade die Holländer und die Briten sehr weit vorne weg sind. Aber am Platz 3 ist alles möglich. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg.